um hallo und herzlich willkommen heute mal wieder hier zum kleinen Informationsvideos es hat sich nämlich an diesen Wochen relativ viel ergeben was Maurice und ich nicht so eingeplant hatten und darauf will ich jetzt mal direkt zu sprechen kommen das Video wird nicht ganz gut ich hab mir jetzt einfach mal den Hintergrund-Tronter-Ocean damit das nicht so Desktop-Feeling krieg sondern einfach mal so ein bisschen Spiel-Feeling so ich muss leider aus privaten Gründen von Maurice und meiner Seite aus und schulischen Gründen für die nächsten drei Wochen keine Videos bringen das einzige Video ist das hier was am 30. Mai kommt da wir sonst keine weiteren Möglichkeiten zur Verfügung haben irgendwelche Videos aufzunehmen da wir schulisch oder privat zu viel zu tun haben dass es uns aktuell nicht möglich ist zu zweit aufzunehmen schon mal recht nicht und alleine ist es trotzdem relativ schwierig deswegen hab ich mir jetzt gesagt komm mach ich dieses kurze Informationsvideo hier ähm wie sieht's aus und so damit ihr nicht ganz auf dem Trockenen bleibt nächste Sache ist ich hab ich wurde gestern Abend zur spätere Stunde oder 911 oder so auf Steam angeschrieben ähm ich hab aktuell noch keine Ahnung was es genau mit diesem Projekt auf sich hat ähm ab den 11... äh... 11... ab den 12. Juni kriegt ihr von mir wahrscheinlich weitere Informationen zu diesem kleinen Projekt ich weiß selbst aktuell noch nicht was es ist ich wurde angeschrieben auf Steam dass wir am 12. Juni eine Besprechung mit mehreren Anführungsstrichen YouTubern jetzt sag ich's jetzt einfach mal so weil ich es selbst noch nicht ganz genau weiß habe ähm ich werde es mir mal antun ähm und gucken wie was genau ich dort machen kann oder was da genau fabriziert ist oder wird ähm dazu gibt aber dann im Laufe des Tages ein weiteres Folgevideo wenn es weitere Informationen gibt vorausgesetzt ich mach damit denn laut Termin ist das erst in ein oder zwei äh in zwei Monaten erst dieses genaue Feeling ich weiß aktuell noch nicht genau was es ist deswegen lasst euch überraschen ich wollte euch nur kurz mitteilen dass es in den nächsten zwei bis drei Wochen keine Videos davon gibt wenn mal was kommt habt ihr Glück gehabt dann sind es aber wirklich nur kleinere Videos oder uns ist sowas für langweilig geworden oder wir hatten keinen Bock mehr auf Schule dass wir mal wieder ein Video gemacht haben das heißt ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir hören uns wieder bis dann Ciao